hallo und hallo ich bekomme liebe leute die necke gaben hat nun wieder ihr weihnacht kochum auch im geigergang auch durch ja heute machen wir das feige kirchen an der zwangkalender auf und wir gucken mal was heute gesunde ist leute wir gucken mal was heute gesunde ist die nette gama hat nun wieder ihr weihnachtkochum angeschaut und hat sich nun wieder bereit gemacht die leute gefolge zu bereiten so und ich wollte mal gar keine beziehung da ich jetzt auch noch mal vorab falls jemand gleich neu auf dem kanal gelangt ist keine beziehung ganz einfach einfach komplicar geil warum ihr es haben wollt natürlich eurer pfn-namen und wenn ihr auf pc oder auf ich woche spielt dann guck ich mir liger like weil kurz halt hat liger epic epic folgen hat kurz halt liger probleme und deshalb kann ich die leute über epic folgen nicht konklagieren guck mir kurz halt liger like guck mir richtig goll like aber ich kann die leute nicht konklagieren wenn die auf ich woche spielen oder wenn die auf pc bieren bei epic folgen gebacht kurz halt richtig goll rum und es funktioniert gar nicht durch halt können nur pf4 wieder kei nehmen guck mir aber auch richtig goll like dass kurz halt nur pf4 wieder kei nehmen können aber ich kann kurz halt leider nicht ändern ich hoffe mal nächste woche bringt epic geben abgeht dass alles wieder hingehaut und dass wir ja auch epic folgen keine nehmen können und alle bei epic folgen haut kurz halt nicht hin das back go rum wenn ich jemand einladen will back ist immer wieder korrekt und ja das funktioniert nicht guckt mir dafür auf alle fälle like und ja also können nur pf4 wieder kei nehmen kurz halt aber vielleicht erinnert sich das noch keine arbeit gehen und dann einfach einfach komikar geben warum ihr es haben wollt euren pf4 name in komikar und mehr auch nicht und um 18 uhr heute um 18 uhr wort der gewinner wieder bei community bekannt gegeben also auf meinem kanal community da wort ich dann bekannt gegeben gab hoch ich dann wieder ein bild wer gewonnen hat und ja den gewinner wort ich dann auch über pfm konklagieren also von gar ja vielleicht kann ich mir bei community nicht gucken sollte wo ich den gewinner auch kompaktieren über pfm und ja wie gesagt es können kurz halt leider gott ich nur pf4 wieder kei nehmen guckt mir auch gleich aber epic folgen hat probleme und ich wollte mal gerne wir gucken mal rein was heute in kirchen nummer frei ist und los geht es was hat die nette gabe gar heute reingepackt die weihnachtgabe so kommt man mal kürchen nummer frei ei 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 ich leuchte konnte ich leuchte packt ich kann gar gar nicht leuchtet die form von beiden leuchtet ja von beiden kohlen ok wir gucken mal rein oh was liegt denn da ok ok es gibt 2 200 ok 200 of city jahren ok und heute gibt 200 schatten 200 schatten und 200 of city jahren gibt heute einer kann heute von euch wieder doch haben wir geile alles hier bekommen einer von euch kann das bekommen heute wieder um 18 uhr wird der gewinner bekannt gegeben einfach ein kommentar geben warum ihr es haben wollt euren pfm namen und bei community wo kein bekannt gegeben wer gewonnen hat jeden krach kann einer gewinnen 4 50 kage also 54 leute können gewinnen natürlich kann auch jemand doppelt gewinnen also von daher macht euch keinen kopf und ja wie gesagt einfach keine nehmen in kommentar geben warum ihr harnburg euren pfm name und bei community wo auch um 18 uhr wieder bekannt gegeben wer gewonnen hat bis zum nächsten video liebe freunde wie gesagt nicht vergessen auch kein uhr community ko gucken wer gewonnen hat vielleicht auch guia auch gewonnen vielleicht auch guu mal gucken einfach bei community gucken und den beisern bezeichnet wer gewonnen hat und nicht vergessen euren pfm namen reinko geheim und nicht vergessen reinko geheim warum ihr harnburg und ich folge an leute bergang